So Leute, willkommen zurück zu Skyrim. Wir waren hier ja bei der Prostituierten stehen geblieben, die uns einen kleinen Nippelblitzer gezeigt hat. Ähm, ich dachte mir, die ganze Zeit, die wir jetzt mal hier einfach warten, beziehungsweise warten müssten, werden wir einfach in dem Bett, ja, äh, vertreiben. Deswegen dachte ich hier, werden wir mal den Wirt ansprechen und werden uns eine Bleibe kaufen. Okay, nur 10 Groschner, komm, das ist ja easy. Oh bitte, dreht keine krummen Dinger in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Okay, ähm, ja, und es wird das gleich hier aufgeschlossen irgendwo, ich weiß nicht wo genau, ähm, aber wir haben jetzt eine Bleibe. Okay, hier haben wir anscheinend nicht die Möglichkeit zu pennen. Hier können wir nach draußen und hier können wir rein. Das heißt, hier können wir jetzt pennen oder was? Ja, super, okay. Okay, dann werden wir jetzt erstmal, äh, ich werde erstmal ein paar Stunden reinmachen. Ich hab nicht genau gerechnet, ähm, wie ich, wann, wann ist abends? 18 Uhr? Ist das abends? Also hier dann halt eben, äh, 6 PM, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wann bei denen so abends ist. Also, ähm, hm, 7 Uhr? Das ist schon abends. Nachher wäre dann, also 12 Uhr oder 10 Uhr wäre ja schon nachts. Hm, mal gucken, ob das so funktioniert. Wir haben jetzt auf jeden Fall 7 Uhr PM, also 7 Uhr abends. Oder auch 19 Uhr, wie wir es in Deutschland sagen würden. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wen wollten wir nochmal treffen? Den Jesper oder sowas, der wäre irgendwie, der hat gesagt, wir sollen uns irgendwie abends mit dem bei dem Wachtturm treffen. Oder nicht der Jesper? Aber, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gucke ich gleich nochmal nach, oder wir gehen da einfach hin. Komm, wir lassen uns überraschen. Wenn ihr es noch wisst, dann perfekt. Könnt ihr mir hier in den Kommentaren schreiben. Ja, ja, ja. Okay. Der war, der war. Ich schäme mich für den Witz. Das war nicht mal ein Witz. Der war so flach. Da musstet ihr die Füße heben. Okay, ich hör auf. Ich hör auf. Oh Mann, ey. Wisst ihr was? Ich glaub, ich werd mir irgendwie, ähm, so ein Flachwitzbuch irgendwie aus dem Internet holen. Oder nicht Buch, aber so total viele Flachwitze, die hier links offen haben und dann für jede, für jeden Ladebildschirm haben wir dann Flachwitze. Ey, das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so die beste Idee ist, aber, äh, hat was. Hat was auf jeden Fall. Ihr seid Fremdländer, was? Ihr seid Fremdländer, was? Hab ich sofort gesehen. Krass, dass sie das alle direkt erkennen, aber ich mein, ähm, bei dem Aussehen, dass ich Fremdländer bin, ich glaub, das sieht man relativ schnell. Also, wäre ja ungewöhnlich, wenn ich da wohnen würde und so eine komische Maske tragen würde. Ich frag mich eigentlich, warum die eigentlich irgendwie nicht, weiß ich nicht, Verdacht schöpfen, dass ich irgendwie vielleicht so ein bisschen böse bin, vielleicht unheimlich. Ich mein, wenn du da mit so einer komischen Killer-Assassin-Maske rumrennst. Hallo? Was soll denn dann die, die Stadtwache da denken? Die Polizei von früher. Keine Ahnung, was sie sich denken. Vielleicht denken sie sich einfach, ach, das ist ein verrückter, ey. Lasst mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Das denke ich sogar wirklich eher. Äh, manche Krämer wie Cori in Flussheim oder Gabor Gabov in Ark haben seltene Bücher im Angebot, deren Wert nicht zu unterschätzen ist. Okay, also kann ich anscheinend da ein paar Bücher kaufen, so auf der Welt verteilt. Ja, manchmal stehen da echt gute Sachen, die man so jetzt nicht direkt wissen kann, aber damit halt eben erfährt. So, ah, jo, jetzt wird uns das hier beim Wacht... Ah, nee, warte, das war vorher auch. Ja, ich mein, es ist so dunkel. Ups, falsche Taste. Es ist so dunkel. Also, wenn jetzt nicht Abend ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn jetzt nicht Abend ist, dann weiß ich nicht, dann, dann hat er den Schuss nicht gehört oder sowas. Ah, nur einen Groschen, nee, nee, nee. Du kriegst von mir gar nichts, ey. Ich wette, wenn ich dem einen Groschen geben würde, würde er mir die kalte Schulter zeigen. Würde er sich einfach umdrehen und sagen, ey. Du Spacko. Ich renne jetzt mit deinem Geld weg. Ah, jo, guten Tag. Du bist gekommen, sehr schön. Und, alles im rechten Lot? Ich hab viele Geschichten über diese Prüfung gehört und war mir nie sicher, was davon zu halten ist. Wie war's? Ey, das ist super klasse. Ähm. Es war ungewohnt. Aber wolltest du nicht auf einem Schiff nach Kile sein? Ich hab mich umentschieden. Komm, lass uns raufgehen. Es wird sich lohnen. Oh, okay. Was gibt's hier oben? Coole Geschenke für mich, oder was? Oh, ich liebe Geschenke. Oh, ich bin so gespannt, ey. Fast schon wie Weihnachten. Ich frag mich echt, was sich hier lohnen wird. Ach so, hier. Zack. Muss jetzt halt nicht nix laden, genau. Boah, lohnt sich das. Oh, jetzt fragt sich natürlich, ich brauch nichts, danke. Wein klingt gut oder Pfeife. So, gehen wir jetzt von den heutigen Standards aus. Wäre Wein Alkohol und die Pfeife wäre Marihuana. Hm, ich glaub, dann nehm ich ja die Pfeife. Oh, scheiße, Tabak. Ach, Kacke. Ich wollt keinen Tabak. Tabak ist scheiße. Tabak ist kacke. Nikotin auch. Es geht doch nichts über guten Tabak und eine schöne Aussicht. Immer wieder schade, wie wenige Menschen solche Dinge zu würdigen müssen. Also, erzähl mal, mein Freund, was treibt dich eigentlich an? Das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit über. Ich meine, im Grunde zwingt dich doch nichts, dem Orden zu helfen. Und mit deinen Fähigkeiten hättest du als Söldner binnen weniger Monde ausgesaucht. Von der Gefahr, in die du dich begibst, ganz zu schweigen. Einen Preis für die ungefährlichste Arbeit Wins bekommt diese Mission, auf die Arantial dich schickt, sicherlich auch nicht. Hm. Ähm. Okay, wir nehmen mal das hier. Das, äh, wenn der Zyklus, also hier. Wenn dieser Zyklus und die Läuterung wirklich real sind, betrifft das uns alle. Ich muss meinen Teil dazu beitragen. Das ist weniger Wahl als Verantwortung. Sehr idealistisch. Ich will dich nicht belehren, aber pass auf, wohin dich diese Einstellung bringt. Du weißt, was sie dem alten Magister gebracht hat. Es ist jedenfalls interessant zu sehen, wie du dich vom Flüchtling zum Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen, äh, Sache entwickelst. Erinnert mich sehr an eine Frau, mit der ich eine Weile lang zusammengereist bin. Lysia. Egal, wohin sie ging, am Ende stand sie immer im Mittelpunkt. 13 Jahre ist das nun her. Beim Weisen Eremiten, die Zeit ist wirklich unbarmherzig. Oh, da ist jemand eifersüchtig. Ähm, wer war diese Lysia überhaupt? Wir hatten uns bei einem gemeinsamen Auftrag kennengelernt. Normalerweise funktioniere ich besser allein, aber diese Zusammenarbeit war wirklich... ...erfrischend. In jeder Hinsicht. Weshalb wir auch nachher noch weiter zusammengearbeitet haben. Was auch wunderbar funktioniert hat. Zumindest anfangs. Sie war einfach zu... ...intensiv. Das ist das richtige Wort dafür. Sie wollte alles und das sofort. Die schönsten Juwelen, die schönsten Männer, die besten Aufträge. Hätte man ihr aufgetragen, der goldenen Königin die Krone zu stehlen, hätte sie es getan. Alleine des Nervenkitzels wegen. Okay. Ähm. Und was ist mit ihr jetzt passiert? Sie begann mehr in unserer Zusammenarbeit, unsere Gespräche und den Sex hinein zu interpretieren, als da war. Und in den Farben, in denen sie dachte, gab es kein Graum. Das war mir irgendwann einfach zu viel. Okay. Es ist eh ein Wunder, dass ich die Zeit unbeschadet überstanden habe. Ähm. Und... Ist die jetzt gegangen oder wie? Gegangen. Ja, so könnte man es sagen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Gab es in deinem Leben jemanden? Oder warst du schon immer der einsame Wolf? Ähm. Noch nicht. Nein. Ja, gab es vielleicht. Das geht dich nichts an. Ähm. Noch nicht. Nein. 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 Na ja. Du hast deine Prüfung doch mit diesem Mädel abgelegt, oder? Erzähl mal. Wie lief es denn? Ich habe gehört, es gab einen Zwischenfall auf dem Weg zum Ritualplatz. Jo, dann erzähl ich mal dir die ganze Story. Hm. Aber so ist es eben. Irgendwann hat man seinen Teil getan. Ähm. Junge, Junge. Jetzt haben wir uns aber verquatscht. Hat mich jedenfalls gefreut. Endlich mal jemand, mit dem man sich anständig unterhalten kann. Wir sehen uns, mein Freund. Jo. Tschüssi. So. Wir haben, äh, jeder Tag wie der letzte beendet. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Wo habe ich nochmal markiert? Und wieso? Hier. Achso, das war diese Schatzkammer. Äh, Schatz. Dieser Schatz halt generell. Ich entferne den jetzt einfach mal. Okay. Cool. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was mit diesem Typen hier los war. Mit Jesper. Aber was genau müssen wir jetzt tun? Gibt es denn eine Quest oder sowas? Warte mal. K, M, J, J, ne? Ja, genau. Achso, stimmt. Wir mussten, genau. Wir mussten noch warten, bis, äh, bis zu dieser eine. Genau, die Zeremonie. Stimmt. Und ich habe jetzt nachgeguckt, wie das heißt. Es ist ganz klar ein Eid schwören. Ähm, ich, ich weiß nicht, wieso ich irgendwie das nicht mehr im Kopf hatte. Aber ich habe das Wort schwören so oft gesagt, dass es mir einfach total komisch vorkam. Ihr kennt das ja, wenn man total oft irgendwie ein Wort sagt, zum Beispiel Hallo, 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 Hallo. Und dass er jetzt wirklich super oft wiederholt, ähm, dass man einfach irgendwann an den Punkt kommt, wo man das Wort irgendwie nicht mehr kennt. Also, das ist so richtig schwer zu erklären, aber das kennt ihr sehr, sehr wahrscheinlich. Zumindest der ein oder andere. Wenn nicht, probiert das einfach mal aus. Sagt mal ein Wort ganz, ganz oft, wenn ihr das noch nicht kennt. Und, dann ist es für eine kurze Zeit so, für fünf Minuten oder sowas, dass ihr das Wort einfach irgendwie nicht mehr kennt. Dass ihr die Bedeutung nicht mehr richtig kapiert. Und irgendwie euch das Wort total komisch vorkommt. Das ist irgendwie total geil. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mich interessiert ja irgendwie so die menschliche Psyche. Hat jetzt nicht sowas mit menschliche Psyche zu tun, okay. Aber, ähm, ist ja schon sowas Psychologisches. Ja, ich würde sagen, äh, wir gehen dann jetzt einfach wieder in die Bleibe. In das eine Gasthaus da. Werden da dann, äh, ein bisschen pennen. Und dann, äh, stimmt, genau, dann kommt die Zeremonie. Messer, habt ihr einen Augenblick? Messer. Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Warum sollten wir ins Geschäft kommen? Sag mal an. Äh, was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber, da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher über, die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Oh, okay, ähm, Lehrlingsbuch, Alchemie brauchen wir nicht. Lehrlingsbuch, Handwerkskunst brauchen wir auch nicht. Äh, Verzauberung brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, ich nehme mal Verzauberung. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Ähm, ja. Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater, als auch meine Mutter kamen da bei uns leben. Oh, okay. Ähm, oh, äh, mein Beileid. Danke, aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich, das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Oh, okay. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verpasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Für ihre Sucht? Das wäre alles kein Problem, wenn durch die, naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Okay, ähm. Und, ja, ich nehme mal hier, warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich, aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Batyr es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Rallata hat dort unten das Sagen, und das weiß Sila ganz genau. Okay. Äh, und wo ist jetzt das Problem? Warum fragt ihr sie jetzt nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld? Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass ihr ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Okay, na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Okay, mache ich. Oh, das hört sich doch schon mal sehr, sehr interessant an. Ähm, so, wo haben wir hier denn die Unterstadt? Meer? Ah, Eingang der Unterstadt. Gut, dann gehen wir da einfach mal mit dem Wegweiser direkt hin. Keine Ahnung, wo das ist. Mal gucken. Vielleicht erkenne ich das ja irgendwie. Vielleicht warnen wir da ja schon mal. Aber das hört sich doch sehr interessant an, wenn wir da so ein bisschen Assassin-mäßig den Schlüssel klauen müssen. Also solche Emissionen finde ich einfach richtig cool. Mal gucken, wie das Ganze jetzt so abläuft. Ich hoffe, ich darf die töten. Denn, äh... Hm. Das wäre schon cool, wenn ich die... Was ist das denn? Wow. Okay, mit Unterstadt meinen die echt Unterstadt. So, und jetzt müssen wir zu irgendeinem alten Hund schuppen. Okay. Fleischmadenkranker. Alter, was ist mit den Leuten hier los? Wohnbaracke. Es sind einfach mal Ratten auf dem Boden. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Und hier haben wir einfach... Eine Heimatlose. Okay. Krasse Sache, ey. Wohnbaracke. Wieder ein Heimatlose, der sich die Pfeife gibt. Was haben wir denn hier? Winterstadt. Ah, falschen Hund. Genau, da mussten wir hin. Der falsche Hund, nicht der... Was, was? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es der falsche Hund jetzt war. Und hier müssen wir irgendwie eine Frau finden, namens Sila. Die irgendwo einen Schlüssel versteckt. Hallo. Geht weiter. Ey, lass mich hier mal durch. Na ja. Danke. Mal fast zum Groß. Einmal. Da, sie da. Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat. Aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, werdet ihr jetzt nicht hier. Äh, welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist. Während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah. Und ist abgehauen. Verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam's natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt. Bis nach Ark. In diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein. Meint ihr, er war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen. Und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen. In sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal. So wie schon immer. Ja. Er zahlt für mein Zimmer in den Baracken. Wenn man es denn so nennen kann. Aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Okay. Ähm. Ich nehme mal... Das hier. Äh. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Mildabad sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Tja. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Ähm. Ich hab euren Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Oh, jetzt beginnt ein Kampf. Okay. Oh, warte mal. Okay, jetzt kommt sie. Okay. Dann werden wir jetzt mal die Sila hier umhauen. Komm, jetzt kommt hier so ein richtiger Kneipenkampf. Und mal volle... Oh, jetzt hat die auch noch ausgewichen, ey. Die ist ausgewichen. So, jetzt komm, lass mich doch mal hier mal hier mit Aufladung ein bisschen dich kaputt hauen. Die ist die ganze Zeit am auf... Äh, am... Ausweichen. So, zack, da ist... Da ist sie da. Oh, shit. So, Sila. Okay. Er liegt... Am... Eingang... Der Unterstadt. Bei irgendwelchen Fässern. Wird mir das hier irgendwie gezeigt oder so? Beim Eingang der Mine. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll. Warte mal, hier. Ähm... Am Marktplatz der Unterstadt. Ja, wo ist denn der Marktplatz der Unterstadt? Ah, hier. Hier müssen wir lang. Ah, okay. Das wird uns sogar angezeigt. Gut. Perfekt, ey. Boah, hätte ich da den ganzen Unterstadt jetzt hier absuchen müssen. Und den Marktplatz finden müssen. Ey, das wäre... Ganz schöne Arbeit gewesen. Aber zum Glück... Hier wird uns ja angezeigt, wo wir hin müssen. Finde ich gut. Dann wird halt nicht so ein doofes Suchspiel hier. Oberstädter. Dann geht's hier weiter, ey. Ganz ehrlich, ne? Das ist so eine Baracke hier. Guten Tag. Oberstädter. Oberstädter. Die werden doch total irgendwie... Die sind sich total im Krieg hier, die Oberstadt und die Unterstadt. Aber ich meine, kann man sich vorstellen, wenn die Oberstadt so total reich ist und die Unterstadt dagegen das totale Gegenteil und eben total arm, dann können da schon Disparitäten auftreten zwischen denen. Das ist nicht auszudenken. Mal gucken, ob wir den Schlüssel jetzt so direkt finden. Und ob die uns die Wahrheit gesagt hat. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass sie sagt, hey, da ist der Schlüssel, bla bla bla. Ja, dann verschwindet sie. Oder er meuchelt seinen Bruder oder sowas. Ihren Bruder so. So. Dann gucken wir mal. Ne, da hinten. Hier haben wir den Marktplatz. Guten Tag. Hallo, es geht weiter. Hallo, es geht weiter. Lasst mich. Lasst mich einfach in Frieden. Oh, sie will in Frieden sterben. Jo, es wird uns genau gezeigt. Da haben wir es. Ja, den hätten wir niemals gefunden, ey. So, dann geht es jetzt wieder zurück, ey. Boah. Den hätte ich niemals alleine gefunden. Also zum Glück, dass uns wirklich hier angezeigt wurde, wo wir hin mussten. Das wäre sowas von Katastrophe gewesen. Das unvermeidliche Hinauszögern. Warte, was ist da gestartet? Na, was? Okay, machen wir auch, glaube ich, dann mal. Okay, ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal hier das als nächstes. Ich werde jetzt einfach mal zwischendurch die nächste Quest beginnen. Ähm, ich speichere jetzt einfach mal. Und dann können wir nächstes Mal hier weitermachen. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Nächste Folge werden wir dann mal gucken, was wir hier zu besprechen haben. Wahrscheinlich wird das hier so ein richtig fetter Kampf oder sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir da irgendeinen Streit mitbekommen und keine Ahnung. Ich soll jetzt hier mit der Nathalie, äh, Natalia reden. Mal gucken, was da so auf uns zukommt. Na gut, Leute. Das war es jetzt erstmal mit Skyrim Enderal. Wäre echt Hammer, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Part. Also, tschüüüüü.